Ich kann mich ja hier nicht mehr bewegen. Was denn? Was denn? Nix. Ah, du hast gerade aufs Handy geguckt. Ja. Du alte Schwervergörter. Du weißt jetzt nicht, hast du jetzt nen Pilz geschickt? Was? Nee. Nee, ist gut. Was, mein Pilz? Nein, den Oettinger und den... Ja, ist egal. Ach, ach, das? Nein, das... Nein, das... So was schicke ich der Heilige nicht. Warte, warte. Boah! Okay. Jetzt hab ich Angst. Nein, das mach ich. Nein. Ist das schlimmer als dein Bild hier im TS? Ja. Nur nicht gezeichnet. Okay. Was? Es ist real life. Was? Ein Foto von dir? Nein. Hast du gerade gesagt, hast du dich fotografiert oder was? Die Kamera hat überstanden. Alter, es darf doch nicht wahr sein. Wer ist denn der Verrückte jetzt? Was? Nein, da, 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 hier. Der Rattenfänger von Hameln, ja. Wer ist denn das jetzt? Die... Demoniach. Ach nee, oh. Da muss ich weg. Lauf doch, Kerle! Lauf, Forrest, lauf! Lauf! SR-Lampe, lauf! Uh! Ich hörte Erzklopfen. Du weißt, wie geil das ist, wenn der Mörder mit im Chat drin ist und rammelt an ihn vorbei und du nur... Ich seh echt nie jemanden. Boah, das habt ihr doch schonmal. Ja. Aber, aber Spende wollte ich gerade sagen, ja. Da haben wir doch ne Rechnung offen, was ihr letztes Mal gemacht habt mit mir, ja. Habt ihr das Video angeguckt, ja? Das war echt schade, oder? Dass ihr euch sicher versteckt habt, das war so mies, ja. Ähm, ähm, ähm... Nein! Nein! Oh, oh, Mann! Oh, Spende ist wieder rausgeknallt. Oh, da hab ich sie ja dem Richtigen gegeben, ne? Das klingt sowas von verget. Das ist mir egal. Hier, hier, hier! Hey, hey! 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 Hallo! Ich glaub du hast gerade Anfälle. Hauptsache, ich hab bisschen den... Wo ist das Sven hin? Äh... Ja, rausgeflogen! Schon wieder! Rosti, wo bist du? Das war die Strafe dafür, dass du mir so unanständige Sachen schickst. Boah, da bring ich ihn auf die Fresse! Ne? Achso! Weitermachen! Ich bin nur rausgeflogen. So, dafür, Heike! Dafür jetzt! Ja! Da! Wo ist der General... Bitte schön! Jetzt... Ja, ich kann grad nicht! Ja! Ist mir klar! Ich kann grad nicht! Das ist richtig! Also... Voll! Die spielen hier Ping-Pong mit mir! Ihr Arschis! Ja, komm auf Klo! Ja, komm auf Klo! Ich wollte dir das nicht schicken, aber... Du willst dann anders. Ja, da zeigst doch allen, da haben wir alle was zum Lachen. Ne, aber das war das letzte Mal übelst geil, wo du da fünfmal vorbeigelaufen bist. So da... Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ja, das ist... Äh... Äh... Was ist hier draußen? Ich bin froh und schon mal rausgeflogen. Da hat das WLAN-Kabel wieder rausgezogen. Äh... 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 Ben hat Probleme mit seinem Elan. Mit seinem Elend, ja. Nein, mit seinem Elend. Nein! Lass mich bitte! Lass mich! Lass mich nicht! Du kriegst mich niemals! Aber ich habe dich gehauen! Lass mich! Ich habe dich gehauen! Lass mich! Ja, ja. Schön, aber... Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab Angst vor dir. Du bist so... Äh... Ja! Nein! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich wollte dich nicht bleiben! Hast du aber! Nein! Scheiße! Sooo! Komm, kuscheln! Mama hat Lust! Ja, komm! Oha, du schenkst! Was hast du gesagt? I'll be back! I'll be back! Ich würd mit den... Die Wunden ins... Äh... Krankenmuskel, ne? Da war ich doch schon! Die wollten mich nicht da behalten! Die kommen nicht fest, da hat man schon! Die will euch auch nicht! So! Was? Was? Kannst du mal gehen? Ähm... Nacken! 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 Sag mal! Was denn? Nee, ich red nicht mit dir! Du redest mit mir? Mhm! Talking to him? Willst du meine Nummer haben, willst du mir schreiben, dass ich weiß, was ich machen soll? Weil ich weiß absolut grad nicht, was du möchtest! Ich kann nicht so, dass ich grad hier abhänge, ne? Ach du hängst rum! Ja, der chillt! Tobi chillt wieder! Der hat keinen Bock zu arbeiten! Ja gut, da kann ich ja noch in ne Warte Dingsmos machen, weil du hast ja noch genug Zeit! Nein, hab ich nicht! Oh, ich geh den mal kurz noch mal hauen, ne? Ach komm! Ich werde die Tastatur vergewaltigt! Ähm... Ich bitte nicht dazu! Hallo! Das klingt grad so falsch mit der Leertaste! Ich weiß! möchte dich anpassen. Nö, na hat die Bilder! Glock.. Wo bist du? Vorne links! Deine Meisterin möchte dich streichen! Ich werde dich nicht mehr streichen. Können wir das auch später verschieben? Nein! Ich möchte das jetzt tun! Ähäähähäh! Ähäähähähäh! Uaaaahhh!!! Ich habe eigentlich Kopfhaber. Mach du mal! immer gerne schöner Wald weiß ob ich euch wenigstens zugucken könnte das ist so verkehrt aus ich glaube wir sollten schöne Gegend haben wir ich glaube hier waren wir aber schon mal kann ich jetzt das Bild bei der Heike zurückziehen ach komm schon lass mich tja Tobi wie war das nochmal hi hi kommst du öfters her ja du siehst mir so vertraut aus oh mein Gott das ist ja wie auf Facebook Profil na guten Tag ich bin doch neu ich komm jetzt öfters ich habe dich aus den Augen verloren das ist nicht so tragisch tragisch ich weiß ach komm schon scheiße Kofa wo bist du oh scheiße oh man oh man oh man hör dich du hörst mich nicht hör dich du hörst mich du hörst mich Und wie weit? Bist du mir schon wieder entwischt? Nein, nein, ich begutachte nur die Umgebung. Ach komm schon! Nein! Ach scheiße! Tobi! Du kannst mir nicht entkommen! Ich kann's aber versuchen! Siehste, ey, er macht den Generator! Ach komm schon! Nee, oder? Schon wieder? Ja, ja, ich bin tot. Nein, nein! Ja! Warum? Du warst gerade nicht lieb zu mir. Ich sagte, die Höllenfürstinnen sind rachsüchtig. Der hätte ich als Erster sterben müssen. Du weißt doch, das Beste zum Schluss. Ach du Scheiße! Wo ist diese fucking Scheiß-Luke, ey? Über der Luke Must der Honey doch... Oh Leute, ne, hört auf! Ich hab grad Stoff und Schnaps an! Ach Mensch! Wo ist die... Wo ist die verfluchte Luke? Ich hab's auch noch nicht gesehen! Ich hab sie gefunden! Links! Nimm's! Nimm! 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 Ich warte mal, ne? Ja, du... ähm... Kannst du ruhig Zeit... ...lassen... Schöne Luke! Das ist doch schon wieder sowas von... Ah! Ich bin zufrieden! Ich hab meinen Kill! Oh... äh... Dankeschön! Ja Tobi, wärst du mal netter zu mir gewesen! Das... nächstes Mal! Es gibt kein nächstes Mal! Aber natürlich! Nein! Selbstverständlich! Nein! Man sieht sich unten mal... zweimal, ne? Frau auch? Wo? Wo ist denn diese Scheiß-Luke, Alter? Keine Ahnung! Hinter der großen Ei hier links... ... und dann bei der zweiten Woche rechts! Ehhh... Gut, dass da kein L bei war! Wieso L, hä? Nix, nix! Ui! Was gesehen? Ach, du siehst gar nichts! Machen wir nach der Runde jetzt... äh... Rainbow dann, oder was? Ja! Okay! Dann geh ich schon mal raus! Und Schnaps! Ich hab Stoff! Und Schnaps! Hast du gar nicht! Das weißt du wohl! Das ist aber... Liebe Zuschauer, er meint das nicht wortwörtlich! Ich... Passe! Spreng! Tschüss! BALABEM! Bester Mann! Bester Mann! Bester Mann! Da drauf wollte ich erstmal Bier trinken! Heute war nicht so schlimm! Heute...